Herzlich Willkommen bei der Wettervorhersage von morgen, Donnerstag, 7. Mai. Die Nacht von heute auf morgen ist dann entlang. Aber wir müssen mit Minus-Temperaturen rechnen. Im Norden in Beobacht werden es circa minus 2 Grad. Und im Süden in Bettenburg 0 Grad. In der Nacht wird der Wind mit 16 kmh. Am Tag steigt der Thermometer, weil es wirft bis zu 21 Grad in ganz Luxemburg. Und die Sonne wird den ganzen Tag überscheinen. Mit Wolken ist nichts zu rechnen und das Niederschlagsrisiko liegt bei 0%. Im Laufe des Tages wird ein schwacher Notauswind mit 15 bis 20 kmh. Die Nacht vom 7. Mai ist voll. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.